Konnichiwa Leute, mein Name ist... Die Kamera ist zu schief, das mag ich nicht. Konnichiwa Leute, mein Name ist Akito und willkommen bei einem LOL-Video! Ein Spiel, das ich überhaupt nicht kann! Mit dem guten, guten Heat! Yay! LEL! Wow! Wow, bist du laut? Du bist echt laut, ich muss dich leiser stellen! WAH! WOAH! Weißt du, du kennst ja Sailor Moon so. Ich hab mir gedacht, wir machen jetzt voll Sailor Moon Style in LOL, weil grad dieses Event läuft. Mhm. Was hältst du davon? Ja. Ich bin der Knubbelkönig. Du bist der Knubbelkönig, okay, ich nehm Ari. Hast du Sailor Moon geschaut damals? Nein. Luchs, Jinx, Syndra, Ari und... Und keine Verbindung! Und alle auf die Sterne, los! Bündelt eure Energie! Und da ist ein riesiges Viech, was aussieht wie Anubarak. Jawoll. Und tot sind wir, ja! Wir haben verloren heute, gut job, das war heute der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen Leute, sayonara und bis dann, tschau. Wir sind halt eine Gruppe von Magical Girls, die auf Aliens schießen. Total animu! Tanz für mich! Tanz für mich! Ich fühl mich fabulous! Ich fühl mich fabulous! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Wir verlieren hier Geld. Achso, achso, okay, warte. Ja, tarnst du nur, wir versterben nur. Achso, zeigst du das Team mit Geld ever! Vertraue mir, wir gewinnen das noch. Ah, hab beide revived! Wow, was mach ich da? Was mach ich da? Schau mal, wie ich mich bewege, was soll denn der Scheiß? Konzentriere dich! Ich sehe, ich sehe bescheuert aus! Was ist falsch mit mir? Oh, jetzt bin ich... Nein, nein! Was mach ich hier? Help! Weiß ich nicht! Ich bete den Himmel an! Gott, hilf mir! Ahaha! Hat das kleine Fuchs-Ding auch einen Namen bei mir? Aua! Ja, hab jetzt vergessen, wie es heißt. Aber es hat sogar keinen Namen. Aua, aua, aua! Blöder Skorpion! Böser Skorpion! Das große Vieh rennt auf mich zu! Ah! Feuer! Der Scheiß wird sehr maskulin. Ja, total. Wir sind hier Magical Girls. Ja, maskuliner geht es nicht mehr. Ja, alles klar. Da ist er, da ist er! Love me! Ja! Ich schieße Herz durch die Gegend. Ich bin fabulous! Yay! Hey, und wir tanzen wieder schön! Oh, yeah! Wir wissen, wie eine Girl-Group! Wo ist die japanische Musik? Ja, ja, plus Ezreal. Ja, ja, plus Ezreal. Die Girl-Group plus Ezreal. So nennen wir es unsere Dance-Group. Ich bleib auch. Schau mal, was ich lustig finde. Hier unten schaukelt so kleine Viecher rum. Das einer hat eine Augenklappe. Das ist der Bösewicht. Pass auf da unten! Feuer! Love me! Haben wir alle? Ja. Der ist der letzte! Ja! Und unsere Dance-Group wieder! Yay! Was denn? Ich weiß! Dieser innere Hass! Dieser innere Hass! Den spüre ich bis hierher! Wundervoll! Dann mache ich alles richtig! Was ist jetzt hier unsere Aufgabe? Wir müssen bis zum Ende der Straße kommen. Aber wir dürfen nicht aus dem Kreis raus, weil wir kriegen wir Schaden, wenn wir draußen sind. Nein, 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 nein! Ich bin draußen! Ich bin draußen! Ah! Flash! Au! lasst mich zurück ich habe immer noch geglaubt und ihr hier doch weiterhin an euch glaube ich tot bin kämpft weiter für die liebe für die schönheit und für die ehre was geht mit dir ich will doch nur motivieren diese kleine bellchen sind lustig aus so happy auch so happy kämpfer die platzen ok jetzt schwierig sei hier bin ich weiter gekommen ist ja aber hier ist schon scheiße schwer dass ich weiter gekommen bin das ist bis jetzt der schwierigste teil ich bin leichter ich bin ich da auch ich liebe wieder feuer labi muss in bewegung bleiben wir haben gleich ja ich habe es geschafft unglaublich stolz auf uns gehört ich bin stolz auf uns ok die schützen sind tot sehr gut die unsichtbaren machen uns ein bisschen probleme der riese ich weiß ich werde verfolgt oh shit hey so nur wenige minuten später aber hey wir sind dort gekommen oder total noch mal spielen noch etwas länger als nur wenige minuten später es sterben alle ohne hände ja aber zu viele kugeln danke schön oh nein nein ich glaube nicht bewegt dich oh mein gott im ernst wieder fürs zu sehen leute das war ein kleines event von league of legends hat recht spaß gemacht ich spiele league of fantasy soft don't judge mich jedenfalls auf jeden Fall fürs zu sehen leute bis dann tschau 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 leute ist wir 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 wir